Fies, wenn man jetzt noch mal Luft sammeln müsste. Tschüss, you guys. Oh, man. Als Paarler hat man es eigentlich sogar am einfachsten, ja. Aber es wäre natürlich auch gecheatet. Was? Diesen Fall abzubrechen und Bubble dann noch. Ich habe den Fall einfach so abgeboren. Ohne Bubble. Also was geschieht, wird Flug mal. Es kommt. Ich habe keine Ego, du bist hier nicht. Schlachthof. Schaut den Schatten. Siehst du schon? Oh. Oh, 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 Sir. Excuse me, Sir. Kouche hat mich überredet. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Gott, das stürzt ab, da haben wir mal. Schaut. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Na, bitte. Schaut. 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 Na bitte. So, geben wir mal in den Teller ab. Und erwarten die Welle von Folgequests. Ich habe heute gekocht. Du hast gekocht? Ja, wenn man zumindest eine Mahlzeit mit heißem Wasser zu bereiten gekochen nennt, habe ich gekocht. Was war's denn? Eine 5-Minuten-Terrine? Nein, eine 4-Minuten-Terrine. Das können wir sie proben. Und auch die habe ich schon nach 3 Minuten gegessen. Jetzt habe ich vielleicht diese E-Hack oder so, aber naja. Jetzt sind wir ja Brocken gefahren. Ich weiß, wo der ist. Du musst mich nur noch da hinführen, wo wir ihn mal gefunden hatten. Ich weiß nicht. 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 Genau, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. weil dann hätte man diesem Brocken zuhören müssen, weil der Bericht sonst ziemlich scheiße geworden hat But we're playing an MMORPG, so no problem It's all about the parts Die NARU haben uns nicht vergessen, seid herzlich gegrüßt So schön hier mit diesem Balkon Questschlock ist voll Wir werden überleben, wir werden überleben Oh, ich glaub ich hab alle No, ich auch Ich hab noch einen Daily Quest Lebt No, nein Ah, die Sala Mach noch kurz den Inventar frei und dann kann es hier schon weitergehen Oh, ja, das muss ich auch machen I know, okay, oder? I know Oh, die Stamme ist da Verkauft hier irgendwer, ja Wir sind alle Preise angemessen Ich bin ein bisschen Ah Ah. So, gut zuerst. In die Mitte. Gremi, go fine. Okay. Uiuiui, unser Paket ist unterwegs. Ui, der Stand der Uralden ist freigeschaltet. Dann lass es uns hinter uns bringen. Man muss es ja mal gezeigt haben. Deswegen sage ich ja, lass uns hinter uns bringen. Man muss es ja auch mal gemacht haben. Einmal. Wenigstens einmal. So, wo sind die Perlen? Ich sehe mich an das Gebiet, wo die Raptoren irgendwie die Kisten geklaut haben. Barachland. Ich weiß nicht, wo die sind, oder? Du wolltest doch das Quest unbedingt machen. Man muss es mal gemacht haben. Da. Hä? Kern eines wütenden Zermärme. Warte mal. Ich frage mal nach. Ich frage mal nach. Ich frage mal nach. Vielleicht ja auch in der Höhle irgendwie so einer Straßenschatze. Ich frage mal nach. Ich wollte deine Theorie nicht realisch so brachial basteln. Aber du hast es gemacht, Scooby. Und das war schön. Wir gehen ja trotzdem in die Höhle gehen, so hat jeder was davon. Ich hab da gar nichts mehr von. Das ist ein Zugebass. Das stimmt. Ich geh jetzt in die Höhle rein. Ja, selber schuld. Das stimmt. Dum 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 dum. Drei. ... und das war schon. Und das war schon noch. Ich möchte ein Wassereis Ein Ding Du bist ja Ein Ding Ein Ding Ein Ding Ein Ding Ich kann es nicht Kartik Kann ich die So, ich fange an mit Weiß. Hast du diese Röhrendinge? Ja. Die sind nice. Die sind so billig, ich weiß nicht, was die Packungen kosten. Das ist eine Auge, oder? Haben wir schon raus aus der Höhle? Nee. Wieso fragst du? Ich will es gar nicht wissen. Bestimmt hängt eine Gemeinheit. Hier sind nicht mehr genug Oger. So. Hier fliegt zum nächsten Camp. Hier sind nicht genug Oger für einen Spydeco, oder? Ja stimmt. Hier sind nicht mehr Oger. So. 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 Ciao!